Ich habe eine Rechnung von dir bekommen über 900 Euro. Richtig, ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Das muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst bereitstecken kann. Und dann haben Sie Druck gemacht. Er war es, ich weiß das. Es ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann, der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.